Oh mein Gott! Das ist ein Notfall, Alter! Oh, Mann! What type of boys do you like? 37 weiter geht es. Was geht ab euch, du Nets? Willkommen heute zu einem neuen Video, Miami, Junge. Wann hat der das aber aufgenommen, Digga? Das ist doch schon, muss doch schon ein bisschen was her sein. Miami, me is cool. Ohne Mist, ich würde mich dieses Jahr auch ehrlich so ein paar Wochen in Amerika sehen. Ich muss sagen, das erste Mal ein Mikrofon ist abgekackt. Erste Ammoderation ist auf jeden Fall am Arsch, Leute. Aber es geht heute darum, wir sind die letzte Zeit hier noch beim Spring Break in Miami. Und wir wollen abchecken, wie die Girls ein bisschen drauf sind. Ich habe viele nackte, freie Haut gesehen, Digga. Ich muss auf jeden Fall wissen, wie es ist in Miami. Wir werden auf jeden Fall eine kleine Strandumfrage machen. Wir werden fragen, wie groß, auf welchen sie stehen, wie viele Zentimeter sie haben wollen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein, Leute. Wer sich fragt, wie es die ganze Zeit war. Ich hatte Corona, dann hatte ich ein Video gedreht. Da war eine Schnecke im Döner drin, konnte ich nicht hochladen. Deswegen jetzt erst wieder Videos. Deswegen würde ich sagen, nee. Eine Schnecke im Döner drin? Digga, hier sieht man wieder die typischen Amerikaner in ihrer natürlichen Begebenheit. No, 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 no. Ich zeige euch. Oh, hello. What do you got? Ich zeige euch einfach random Leute, wie ein Typ von Mädchen sie sind. Where are you from? Germany. Germany? Yes, boy. Police. He's German, get him. He's German. Ich hab nichts gemacht, Digga. I'm not. No, no, I'm not from Russia. What do you do to get that body like this? We just alcohol, pussy and throw it up. That's all we do. What kind of pussy do you like? I mean, who doesn't like any kind of pussy? Man sieht hier auch einfach nur ganz viele Models. Are you a model? Yes. You look like a model. You look like a model. Die Dame wollte unbedingt ins Video. You want to push your Instagram? Yes. Okay, then make this and then jump. Yes, very nice. Okay, you can tell your Instagram. Lauren, L-A-U-R-E-N, I-C-O-R-N, E-I-C-H-H-O-R-N. Oder was war das, Digga, Postcode? Ich weiß auch nicht. What type of man do you search for on the internet? Or you have a boyfriend? I don't have a boyfriend. Tall, dark and handsome. Hä? Tall, dark and handsome? Yeah. How many centimeters? Heißt denn hier Dark? What inches do you need? Six, three or higher. And at the bottom? Eight. Eight. Minimum. Ich weiß nicht, wie viel es ist, Digga, aber acht Zentimeter habe ich. Da bin ich mir sicher, Digga. Ich habe acht Zentimeter. No, acht Inches. But I have eight Zentimeter. Is it enough? No. Das ist ja f***. Ich habe das Gefühl, ich muss ins Wasser. Digga, warum war es gerade so leicht? Es ist so laut. Oder doch nicht. Vielleicht kommt es auch zu mir. Excuse me, Miss. Kann ich dir etwas fragen? What type of boys do you prefer? Ones with a good smile. Like him? Is he cute? Yeah, he's got a nice smile. Is he cute? I'm kidding. Yeah, you're cute. He's cute. Ah, shut up. He's from Turkey. You like Turkish people? I've never met someone that was Turkish. You should. I should? Yeah, you should try him. Yeah. Do you have a special... Guck mal hier, Talente. A special type? Talente. Talente? No, I can't dance. Can you do a short thing like this? Give me your hand. Okay, you can't dance. Wie viele Inches mir reichen? Noch nicht so die Erfahrung mit Männern. Ich denke, mein Arschloff bleibt dann doch besser Jungfrau. You really can't dance. Hör auf zu sabbern, Digga. Null am sabbern. Bin nicht so down bad. Also hier ist aber auch was los. Sag ich euch, wie es ist, ne? Excuse me, girls. Is this your boyfriend? Yes. Yes, yours or both? Both of ours. Oh, crazy man. How did you do this? I don't know, just came with the looks, feel me. Yeah, because you're sexy. Do you train? A little bit. Can you curl her like this and then bam? Digga, Masala, der ist schon krank. Der Typ, ne? Okay, can you show me? You know how? Irgendwann, chat. Sehe ich aus, haus. Yeah, yeah, curl her. Oh, yeah. Hey, just one? Why do you oil yourself? To get tan. I'm from Oregon, so we get zero berlinic sun. Oregon? Yes, on the west coast. Do you know Mississippi? I do know Mississippi. Is that where you're from? I'm from not Mississippi. I'm from Germany. Oh, Germany? Yeah. Oh, okay, okay. So different country. You know Berlin? Yes, I do. You know Schwanz? No, I do not. Schwanz is very nice. France or Schwanz in Germany? Schwanz? No, I don't know. Can you dance? To the music? Okay. Ja, brud. Brud, ich spür's schon wieder. Oh, okay. Brud, das ist die deutsche. Angelina, ich liebe dich. Jetzt mal ohne Witz. Ich vermisse meine Freundin immer, die gerne in so Orten, aber man muss auch mal den Leuten ein bisschen was bieten. Schwanz in meinen Arsch. Schwanz in meinen Arsch. Schwanz in meinen Arsch. Schwanz in meinen Arsch. But you look for boys? Or you have a boyfriend? I do not have a boyfriend. What are you looking for? Sympathisch, wenn sie natürlich 18 ist. Ja, ja, Nils. Kim, come over, come here. Hello. What's your name? Aitar. Are you from India? I'm from Iran. Do you think this girl is nice? Yeah. Do you? Er sagt einfach, are you from India? Einfach so rein, einfach reingegriffen. So, könnte passen. You think this boy is nice? Yeah, he's probably younger than me. Oh, how old are you, man? 16. Well, look, he's not legal. I'm 20. If she was 16, would you try to date her? Sure. Do you have a pick-up line for me? Uh, no. I don't have girlfriend. I never had a girlfriend. Oh, he never had a girlfriend. Is this a problem? I don't have a girlfriend. Do you have a boyfriend? I've had one, yes. Okay. Is this your body count? My body count? I'm not so... We make a little scene, you try to talk to her first when you see her, like you are in the club. Do a little dance for me. Oh, man. Okay. And now you go to her, like dancing, then you say, hey. Bupa! You wanna... I need the Fortnite dance. Okay, do it for her. Oh. No, turn to her. Die Musik, das ist so gottlos. Holy shit. Das ist so... Das ist so gottlos, Digga. Das ist wirklich. Come on. Hello. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen rassistisch. How are you? How are you? Hi, Marta. Nice to meet you. Er hat sogar gefragt. Er hat gesagt, er kommt aus dem Iran, Digga. Nice. How often do you go to the beach? Oh, this is my first time in Miami. Oh, really nice. Where are you from? I'm from Oregon. Okay. No, wait, wait. Say, do you want my coffee? I cannot say that. Why not? I only jail tell man, you know. Do you like gentle boys? I do like gentle. I like respectful men. I like respectful men. Then do this. You take your hand and kiss her and do it. If I don't like, let's give a hug though. Okay, I can give you a handshake. Okay. 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 And then he says, he wants to do it. And she says, that's my handshake. When is this happened? The woman and the man have met. There is love and children will be born. Brother, I'm telling you, what's going on? Where are you from? Wisconsin. Yeah, what's your name? Anna. What type of men do you prefer? Good looking ones. I say 51% is looks, 49% is personality. You like six-pack? Yeah, I think so. Is it important for you? I mean, so they're in shape, like so they can keep up with me. Hello, ma'am. Can I ask you something? Yeah, what type of boys do you like? What type of boys do I like? Yeah, you prefer... Down to earth. That's it. Do they need six-pack? Now. Hier kommen immer ganz komische Anfragen rein. I'm gonna go look at my friend's cock. Bro. Er will uns, glaub ich, etwas zeigen. Show me. What happened here? Oh, he's cheating. He's almost done. He's chilling. Are you chilling, man? He is chilling. Oh! Look at my boys' cock. Oi! Oi! Digga, ich weiß gar nicht, Digga, hier sind so viele Menschen, die einfach Bock darauf haben. Ich frag mich wirklich, Digga. Digga, in Deutschland musst du... Augen nach oben. Ich hab meine Augen die ganze Zeit auf Augenhöhe. Fragen, Digga, hier, die rennen in die Kamera rein. Hello! Hi! What's your name? Kenzie. Kenzie from Kensington. What? What's your name? Ashley. Ashley? You look like you're Ashley. Will you? Will you? Will you? Will you? Oh, thank you! I like the sunglasses. You want to try them? Yeah! Oh, I put them on me too. They have good isolation. You want a little dance? Like shaky shaky? No! Oh! I'm shaky shaky for life. Bro, I can't see you. Wuuuuh! Das freut mich. Da bin ich ehrlich. Das freut mich einfach. Okay, Ashley. What's your body count? What's my body count? What's my body count? That's an interesting question. What's my body count? Oh! Hey! Ja, was? Oh mein Gott! Holy... Ich erkenne sowas! Ich erkenne sowas! Ich erkenne sowas! Junge, was? Watch this! Oh! Cool! Geil! Wow! Very nice! Where did you learn this? I learned it from Siberia. Great town of Siberia. Ich bin der Kameramann. Ich bin nämlich der Kameramann. Oh! Was ist das denn, Digga? Very nice! Where are you from? I'm from Germany. I'm from Great Britain. Why did you hold my hand? I want to hold your hand, because you're tall. Tall? Tall. Tall man with curly hair. How many inches do you need? I need 27 inches. Hä? On the penile. 27 penile inches. Okay, what's your body count? Uh... Nein! Ich wollte erst raten, Digga. Ja, bei der hätte ich, ehrlich gesagt, fünf gesagt, so. Fünf. I am celibate. What are you a bitch? A celibate. What did you say? I am celibate. A celibate? A celibate. A celibate. Size 80. Size 80. Ja! What type of men do you prefer? Listen, I'm gonna need somebody to work out. I want them to take care of themselves. So, kinda, you know, be in the gym. Do I need a six pack? Not necessarily. Dadpods are good. Die Stimme hört sich, also, das hört sich irgendwie cooler an, wie die reden, als Deutsch. Yeah, Dadpods are fun. Do you also work out? I do. Yeah, can I see? Listen. Oh, arriba, das kann ich auch. One. Okay. Oh, my God! Nicht mal geschafft! Ich sag dir, what's your body count? Sechs. What is my body count? What does that mean? It means, how many sexual partners did you have. Oh, my God! I can't imagine that. How many sexual partners are there? No, no, I just... At least 37. That's so true. How old am I? Yeah. I turn 32 on... Hör, hör, hör. Ich korrigiere, digga. Ich sag, sie wäre jünger. Ich sag... Okay, 12. Sunday. So, you wanted to get a... Ja, okay, sie sagt sie nicht. Digga, wie ist die 30? Interview? You want me to stand up? Yes, I can help you. Oder auch nicht. Okay, where are you from? Wisconsin. Wisconsin? Yeah. Is it on the west or on the east? Midwest. You know Connecticut? Yeah. I'm not from there. My brother goes to school there. Mississippi also? No. He's from Mississippi... Not... Okay, scheiß drauf. You have a talent? A talent, yeah. What is your talent? Um, I can do splits. What splits? Do the splits. Do the splits right now? Yes, what's the splits? Yeah. Bruh. What? Where did you learn this? I'm a dancer. Oh! You must do this and say schwank mein Arsch. I don't know what that... I don't want to say that. What does that mean? It's like a spring break in Germany. It's like an insider... Spring break 2020. Bro, I see you have some nice moves. What's up? Dance, man, dance. Dance? Show. Okay. Show. sind skate? Ja... Oh, ho, 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 ho. Uh. Oh, ha! Had it free with sand? Because why did you learn these moves? Hot as hell man? Where did you learn these moves? When I learn those moves? Ich habe sie einfach gemacht. Ich gehe einfach mit dem Flow. Hey, wir sehen dich tanzen. Aber mir ist cool, wenn man tanzen kann. Ich sage euch ehrlich, Tanzen underrated. Wenn man tanzen kann, das ist mit Sicherheit auch ein richtig guter Dosen-Effekt. Kein Plan, wie Tom dann eine Freundin gefunden hat. Ich bin aus Wisconsin. Wisconsin? Du kennst Mississippi? Ja. Ich auch. Wie alt bist du? Ich bin 6 für 2. Wie viele Ingers brauchst du? A solid 6. 6? Der wird ein bisschen tiefer gestapelt. Sympathisch. 8, 8, 5. Oh ja, nein. Ich habe 4, ist das okay? Depends. Ich kann eine sehr gute Technik machen. Ich mache so. Spider-Monkey. Spiderman. Spiderman. Welchen typen Mädchen möchtest du? Wie alt? Ja, ich habe ein Freund und er ist sehr alt. Ist er gut und schlecht? Ja. Wie viele Ingers hast du? Was hast du? Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Es ist weniger als 6. Ich sagte wie es ist. Sonst hätte ich es gesagt. Hast du einen Freund? Nein. Warum nicht? Du siehst phänomenal. Danke. Ich wollte einen. Hast du einen schon? Ja. Hast du Sport gemacht? In Hochschule, ja. Aber ich habe es in der Schule gegeben. Was hast du da gemacht? Basketball und Volleyball. Welchen typen Mädchen möchtest du? Ich habe es schon gefragt. Äh. Höher als ich sicher. Okay. Ein bisschen muskulär. Aber eine gute Persönlichkeit. Wie ich? Wie ich? Ich muss lustig sein. Ich bin lustig? Du siehst lustig. Ja, Baby. So, können wir ein Date haben? Ich habe einen Freund, ich bin sorry. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Abmoderation. We are done with our video. Do you want to be the ending? What's the ending? The ending is like you say something and that's the ending of the video. What do I need to say? A German word. Okay, I'll try. I'll try. Schwanz. Schwanz. In mein Arsch. Schwanz. In mein Arsch. Schwanz. In mein Arsch. Yes, and then look in the camera and say yeah. Yeah. Nice. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. What's your name? Ilana. Ilana hat nochmal hier richtig alles rausgehauen. Deswegen würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und... What's up? Yeah. Gutes Video. Das war gut unterhaltsam.